Sind das die Bayern-Stars der Zukunft? Okay, drücken wir mal noch ganz kurz auf die Bremse. Aber der Rekordmeister hat fünf seiner besten Talente mit ins Trainingslager genommen und das sind sie. Der bekannteste ist wohl der 17-jährige Arion Ibrahimovic. Der ist wie sein Namensvetter auch Stürmer. 13 Mal hat er diese Saison schon für die U19 geknipst, drei Tore kamen dabei in der Youth League. Und jetzt konnte er auch das Trainerteam rund um Julian Nagelsmann von seinen Qualitäten überzeugen. Das hat auch Tarek Buchmann. Der Innenverteidiger hat die Bosse vor allem mit seinem sauberen Spielaufbau und starkem Zweikampfspiel in der Luft begeistert. Der 17-Jährige hat mit 1,88 Meter Körpergröße sehr gute körperliche Voraussetzungen. Außerdem dabei war der 18-jährige Torhüter Tom Ritzy Hülsmann. Und Bayern und Probleme auf der Torhüterposition? Da war doch was. Ja okay, Hülsmann wird natürlich nicht direkt der neue Ersatz, aber Nagelsmann und Co. schätzen sein Potenzial. Und mit Yusuf Kabadayi, einem 18-jährigen Stürmer und Lofro Zwonarek, einem 17-jährigen offensiven Mittelfeldspieler, konnten zwei weitere Youngster überzeugen. Und wer weiß, vielleicht sehen wir einen von ihnen ja bald in der Bundesliga.